...ähm... ...nach... ...sack die Blocks an! Redet miteinander! Hälsse! Gut! Diese Kamera ist alles... Redet miteinander! Abbrechen, abbrechen, die sind die Überzahl. Wieder ein Foul einfach. Bewegen! Egal ey! Jungs, ruhig! Egal! Weiter, weiter! Aufnehmen die Leute! Nicht mehr, nicht so viel wollen! Start! Klaus auf, Klaus auf! Gut aufgenommen, sehr gut! Und rauf! Stark! Zum Kopf ziehen ist er gewinnig, ja. Auf jeden Fall! Stark! Komm Elia! Aufnehmen, aufnehmen! Leute, nehmt mal bitte die Leute früher auf! Start! Ey! Dankeschön! Ich meine Dankeschön bei Provozieren! Bei der Airball! Rebound! Ja, jetzt sieht's aus! Mach mal... Alter! Ich weiß das hier alles! Nein, nein, nein! Aber ich bin mal komplett groß drauf! Ziem, ziem! Wenn du früher rauf gehst, kann er dir den Wuppen nehmen! Nimm den Kloser! Ja, ey! Digga! Was lauft ihr beide nach vorne, Digga? Defense! Wechsel! Zehn! Ist die überhaupt drauf hier? Ich hab's nicht mehr drauf! Ich hab's nicht mehr drauf! Ich hab's nicht mehr drauf! Oh! Bitte zumachen! Bitte zu! Nicht doppeln, Mann Elia! Box out! Ja, Digga! Scherbe! Scherbe! Stark! Was denn? Was war... Foul! Foul! Achso! War ein Schrittkeller, kann's ja nicht schlecht gewesen sein! Ja! Marcel hat sein Trikot vergessen! Ich hab auch nichts gesehen, aber... War ein ziemlich heftiges Problem! Nee! Da gab's hier schon Schlimmere! Natürlich nicht! Digga! Good shot, Bro! Nicht zwei Lungen nach hinten, sondern direkt in Korte! Kiegt's jetzt Foul! Pass auf, Digga! Kommt doch nicht durch! Gutti! Gutti! Ey! Kein Foul! Kein Foul! Weiter geht's! Weiter geht's! Ja, fast nicht! Hintermann, Hintermann! Schiri! Hey! Gut gespielt! Raus! Raus! Ja! Raus! 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 Ja! Ja! Rade! Ja! Ja, der ist gleich! Ja! Ja, der ist gleich! Ja! 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 Ichetzeak! Rundspiel eigentlich… народ, der hat sie noch stark! Ich weiss! Aber diecasen ja alle nicht! Drei Punkte mehr, werden nur nicht aufgeschrieben... Ha! Hey, mach doch mal bitte die Seite zu, ey. Komm, mein Ass. Der hätte aber durchgehen können. Auf einstellig, auf einstellig. Gut. Ist okay, Jungs, weiter. Ja, unser Einwurf. Jungs, geht mir bitte auch zum Rebound. Was ist das, Daniel? Was ist das, Daniel, da oben hier? Ja, ja. Ah, schade. Stark. Und hoch. Ja, Junge. Genau so. Da können wir dich nicht halten. Ich verstehe nichts. Egal, später. Auf da, auf da. Beinarbeit. Okay. Tiefstehen, Beinarbeit. Buxort. Das kann nicht wahr sein. Weg, weg, weg. Hey. Rutschneiden. Achtung. Schnell. Jetzt sind sie den Übersack, pass auf. Dann kommen wir jetzt auf einstellig weg. Hey, Reus, Tim, Reus. Yes, Sir. Ah, er muss doch... Schick mal einen rein, er will raus. Ja, ja. Ausleiten, ja. Dann pfeift doch ab. Ach so, das ist schon... Wettet! Aus dem Lissi, ja. Aus dem Lissi, ja. Los! Aus dem Lissi, ja. Ja. Ja, mit dem Ohr sind drin. Jetzt dreißen, das hier! Reißen, jetzt dreißen! Ja. 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 Ja, das war aber gut gedacht. Ey! Ja. 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 Das war einfach. Wenn ihr schneller da hinten lauft. Pass auf. Der Ball. Tim. Ich geh mal hin. Komm, Tim. Komm, Tim. Ja. Ja. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 15. 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 Dann musst du gleich hochgehen, aber du standest wirklich neun zu weiter drin. Nice. Ich bin tot. Hey, umdrehen, Leute aufnehmen. Legt die Blocks und redet miteinander. Danke schön. Links ist, links ist. Einfach werfen, einfach werfen. Ab der Mittlinie rauf, ab der Mittlinie rauf gehen. Gut, mach ihn drück. Genau. Elf ist gut. Legt Druck drauf, Druck drauf. Ja, Junge. Mach den Druck. Oh. Ich konnte ja noch nie ahnen, dass der Ball bei mir landet. Ich weiß, Daniel hat ihn gefangen. Ja, er muss den Druck, den Druck, den Druck. Auf Rücken. Zu einfach. Achtung, Karts. Egal, die 24 Sekunden, das Spiel schwebt, das ist ja super. Yes, Sir. So, richtig? Nein, 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 nein. Technik. Was ist denn los, Pilgen? Ja, mach das. Auf den großen Rang. Freilaufen! Hier steht's nur! Ja. Aber weiter werfen einfach. Einer muss in den Kopf. Ja, weil es geht auch keiner zum Rebound. Ja, eben. Einer muss nicht unter den Kopf. Könnt ihr mal bitte auch zum Rebound gehen, wenn ein Dreier geworfen wird? Na gut. Es geht keiner hin. Die Bedeutung! Die Bedeutung! Die Bedeutung! Die Bedeutung! Alle auf einer Seite bewegen! Nimm ihn! Ja, Floris geht's ohne. Nee, das ist kein Foul. Ja, guter. Hey, Shot Clock resetten! Hey! Hey! Aber es wurde doch geworfen. Es war doch am Ring. Ja, am Ring. Da muss die 24 wieder von vorne anfangen. Oder 14. Oder 14. Auch gut. Aber... Aber... Hallo! Nehmt die Leute eng auf! Der geahnt, der Junge ist heiß. Den kennt ihr? Ja! Alle auf Arne! Frei Fürst ist Arne! Ey, aber ohne Ripp. Oder lächerlich. Aber ohne Ripp. Oder lächerlich. Block der Chip! Gut verteidigt! Gut die! Gut die! Gut die! Gut die! Gut die! Gut die! Hey, Bro! Komm nicht raus! Wechseln! Soll ich raus? Der provoziert mich, oder? Nein! Ich provoziere! Das Problem ist, dass ich die Frau es habe. Ja, gut. Jungs! Einruf! Jungs! Einruf! Rock ihn direkt aus, aber so schnell. War kein Foul! War kein nicht mal Foul! Merk hier! Ohne Foul! Ohne Foul! Nicht hoch! Er war clean! Nee, war er nicht! Die Ironie! Ey, wir müssen eine Hand doppeln! Mann! 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 Aufstehen? Leas, lass den Cut nicht zu! Travis! Let's start a run! Let's go, Vibas! Let's go! Let's go, Vibas! Soll man werfen? Ja! Naja, muss ich... Digga, wird Zeit, dass du... 2-1! Ja! Digga, verteidigt doppelt Arne, Digga! Arne, Arne ist zu heiß! Hat er jetzt einen Punkt gemacht, oder? Hey Digga, wie ist das kein Foul? Könnt ihr auch mal bitte die Kontakte pfeifen? Gut, dass der Plan ist! Alles Freunde! Ja, er ist stark! Boah, gut der Ring! Ja, das ist der Ballett. Ich weiß auch, dass ich die Jürgen nicht weiß. Wenn das aber ein Ditch ist, und drei Leute Ditch ist, das ist so fuhm. Das ist dann auch ein bisschen so. Ey. Hallo, ich hab' das hier. Die ist oben jetzt? Die Menschen müssen immer ansagen, wie die sind. Das ist doch scheiße. Da sind manchmal zwei oder drei Leute offen mit einem Kork. Das ist doch kacke. Ey! Kommt mal hierher. Ihr müsst miteinander und untereinander reden. Ich sag mal, es kann nicht funktionieren, dass keiner irgendwie weiß, wer welchen wen hat. Redet miteinander und wenn die eine den anderen schlägt, dann sag ich irgendeine Hilfe an. Das ist viel zu einfach, was die da unten machen. Wir waren bis auf acht oder neun dran und jetzt sind es schon wieder fast zwanzig. Und das ist sogar über zwanzig. Wir kommen jetzt zurück, wenn das kommt. Was ist hier drauf? Und wenn mein Kontakt nicht gepfiffen wird, dann ist es so. Ich kann mich nicht hier hinstellen und sagen, kann ich schon. Aber dann kriegt zwei Technologie-Fonds, bin ich aus der Halle. Darauf habe ich auch keine Lust. Ich sag mal, man merkt schon, dass er ein bisschen erfahrener ist, sag ich mal, als der andere. Aber okay. Kann ich mit leben. Hauptsache die Match-Ups sind klar zugeordnet. Und wenn ihr unterm Korn stehen und hoch geht, dann macht nicht irgendeine Kacke nach hinten, sondern geht direkt hoch. Dann gibts den Pfiff vor. Wenn ihr aber einen Fail-Way-Jumper nach hinten macht, weil das so toll aussieht, passiert nichts. Nicht wahr? Finde ich auch. Ich wollte mich richtig schneiden. Ich war übrigens richtig schneiden. Ich schneide jetzt noch mit dem Ball gut bekommen. Ich schneide. Go then. Ne, ne, ne. Let's fight. 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 Zurück. Aufnehmen. Passiert. Die Welt. Aufnehmen. Und Beinarbeiten. 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 Abzeit. Ruben. Furcht. Rebound. Let's go, Marino. Let's go. A-Tipp. Und du nicht hin. Hoch. Schmechle. Schmechle. Drei Digger. Ehhhh. Woh. 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 Bein nach vorne bringt. Umso schneller seid ihr vorne. Drei Sekunden. Entweder du spielst den Ball gleich raus oder du gehst gleich hoch. Ja, das kann ich ja auch nicht ändern. Weiter geht's! Arne sei ehrlich, es war Foul. War kein Foul. Das war locker Foul. Arne sei ehrlich. Arne spiel fair jetzt, wirklich. Ich bin dafür, dass Arne jetzt fair spielt. Ausboxen. Das darfst du nicht machen. Und die Spieler halten dich zurück, wenn er wirft. Ausboxen. Weil ich am Ring unser Einwurf. Unser Einwurf, weil ich war im Ring. Haltet ihr euch bitte zurück, wenn ihr ihn kennt. Ist okay. Auch wenn ihr beste Freunde mit ihm seid. Aber ich will nachher auch nicht als Foulsport dieses Team da erkennen. Good shot. So, ich spiel ihn genau. Swing, swing! Ey, warum sind die erst seit 24 Sekunden da angewandt? Shotklub! 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 Doppelt Arne! Arme hoch! Arme hoch, Bayern! Arme hoch! Arme hoch! Arme hoch! Ich bin doch Blonde mit DBC, der mit Tennis dreht. Viertes? Ja, ja. Okay. Hier, 14. Hallo! Junge Mann! Ich bin 14. Junge Mann mit der Brille. Ja, der Name ist noch nicht so mein Ding. Ist okay. Wie soll ich's da wechseln? Ach so! Huch! Wechsel! Zwölf! Zwölf! Ja, aber du mietst mal als Feierabend. Vierter Voll! Ja, ja. Ey! Wechsel! Wechsel! tipps! Könntet ihn mal bitte vor ihm verteidigen. Nicht von der Seite oder hinter ihm. Das ist immer Foul! Das ist schlau. Der hat mich an den Hüften gespielt. Hat er nicht nur auf den Hüften gespielt? Nein, wird er kreben. Wenn er nur auf den Hüften gespielt wird, dann wird er nicht. Wenn er nur auf den Hüften gespielt wird, dann wird er nicht. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Gut geht's! Not in my house! Come back, wir. Let's start a run. 3, 5! Zeig einfach die Arme! Ja! Es ist los! Fortsch! Rein, rein, rein! Oh, 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 oh! Es ist los! Mein Lautsvorsitz! Hier foulst du nichts. Ich kann's nicht ändern! Ich kann mich nicht hinschauen und die anmeckern. Du kannst doch nicht helfen, bitte. Das ist die gute! Letztere mit Bewegung! Leute aufnehmen! Leute aufnehmen! Komm, Oscar, lass vor! Los! Los! Ja! Gib ihm! Schreib wohl! Ja! Danke auf ihn! Aufstattet! Hey! 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 Die Welt! Ja! Mach ihn zu! Ja! Die Welt! Komm! Let's go! Komm! Ja! Ja! Oh! Push the back! Let's start a run! Defend! 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 Ja! Defend! Ja! 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 Jadi! Und werdet! гол! Die Flasche! Aufmerksam! Let's start a run! Sieht! Nehmt die Leute! Ja, da ist er sehr mal einen, oder? Der ist ein Karnon! Bist du fertig! Bist du fertig! Bist du aktiv! Yes! Ja! Ja, d' ich will so strich! In! Oh! Ja! Oh, das war echt... Ja! Ja! Hey! Hey! Stief! 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 3,0! Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Das macht ja mies, doch. Das hab ich die letzten Jahre in meinem Leben verpasst. Ja, aber das würde... Naher lief springen! Kommt her! Stief! 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 Druck! Druck! Druck auf den Ball! Der hat so weit ran... RUTTI! Pop on, Jungs! Box out! Hey! Pop on! Oskar! 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 Unser Spiel! Oskar! Eib richtig. Ha привет! Oskar! Oskar! 3,4! Um pouquinho mehr solide. Oh! Fimmi! Ja! Komm mal, Jungs! Druck auf den Ball! Aufnehmen! Pots! Ja, Deiner! Komm mal, jetzt geh! Geh ab! Überzahl! Let's go! Fünf Rennen? Nein! Das ist ein schlechter Fass! Nee, das hab ich ja die ganze Zeit. Ey, kannst du wieder nach filmen? Bruder, wir fickt immer das super. Ey, du musst wollen gleich! Irgendwann heilen los! Ey, Nummer fünf! Bleib bei deinem Mann! Nee, der ist wieder aktiv. Ja, ja, das ist ja so die Elf bei DBC und die andere... Aber ich weiß noch gar nicht... Wie gesagt, Pfeffer, wie wir jetzt gesehen haben, der Rest... Machen wir es ganz gut. Ja? Kann ich noch mal rein? Ja? Ich will auch noch mal rein. Gegen wen soll es bleiben? Alle würden noch mal rein. Alle wollen noch mal rein. Ganze Mannschaft! Ja, sie darf auch nicht mehr rein. Wie gesagt, ich würde einmal gerne mit der Nummer 14 aufpassen. Wechsel! Tipp! Nein, der hier! Gut gemacht! Starball! Tipp! Tipp! Der mit dem Grün oben! Genau! Der ist in der Ton, da steht! Tipp! 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 Wer ist denn alles gegen DBC? Naja, Nummer 10, 8, 14, 15 und ich. Tipp! Wann soll wir denn rein? Macht jetzt mal ein Comeback! Leute, aufnehmen! Nicht zu leicht! Äh, lass doch mal die 15 noch. Den hab ich gerade eingewechselt. Die 15? Achso, okay. Hä? Heiße, jetzt war die Besuch. Hey! 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 Nee, nee, die 11 nicht. Ach, die 11 nicht? Die 11 hat noch nie im Verein gespielt sogar. Achso! Ich bleib's mit euch oder was? Nee, nee, der ist eine Gruppe von einem. Achso, was? Starkes Ding, der wird stark. Okay. So, mein Wall-Op. Ich wollte die restlichen... Warte, zwei Minuten noch nie von dem DBC. Was? Ah, die riecht runtergerufen. Pass mich drauf, oder? Oh, ich hab's... Oh! Oh, shit! Hey, ich hab's drauf! Jungs, 10 Punkte. 10 Punkte, ihr könnt doch gewinnen. Aber nicht nur 2 Minuten. Doch, doch, doch. Oh Gott, das geht rein so rötig. Ja, stopp. Dreier哪fer, nochmal, dreier哪fer. Alle vor! Alle vor! Beinarbeit! Und Oberfarbe! Jetzt alles geben, neun Punkte nur noch! Los, los! Ja, klar! Schade, weiter geh'. Alles geben, alles geben! Alles geben, alles geben! Neuer Mann! Neuer Mann! Weiter, tiefen! Neuer Mann! Könnt ihr bei den Ballführenden noch rausnehmen? Sie wissen gar nicht, wenn sie... Travel! Travel, ne? Händ auf! Tifi! Ja... Arm hoch! Yes! Ich glaube, Johannes hat mir gesagt, ich bin sehr verbeifacht, aber ich habe sie gesprungen. Neuer Mann! Ja! Da ist das Block. Der hat wehgetan. Ja. Einer nach vorne, einer nach vorne! Jungs, drei! Jungs, drei! Drei! Komm, drei! Werfen drei! Los, los! Der muss doch werfen! Jetzt haben sie mir aber alle gespielt. Jetzt können alle können drei werfen. Ah, hier elf? Aber elf kann sehr gut erwerfen. Ja, das witzig. Trim und elf, beide können drei werfen. Ich habe gehört, du kannst drei werfen. Ah ja, dieses Game auf jeden Fall. Ja, hier geht's noch, ja. Drei von vier. Aber Hanra ist der Kopf. Hey, hey! Komm, da, komm, da! Komm, Jungs! Geht 20 und um. Jungs! Ey! Ihr müsst den auch mal werfen. Jawohl. Wir haben dreimal gesagt, einen noch werfen. Aufnehmen, die Leute! Weg, zock! Zweifach. Und jetzt nach vorne, nach vorne. Zwei, acht, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh mein Gott. Okay, mit dem er geht bis könnte.